Herzlich Willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy XII. Wir sind... Schauen. Gucken, was wir machen können. Du, der du die höchste Ebene nun erreicht und zielstrebig durch diese Gänge schreitest. Ohne Farbe sind die Unsterblichen. So ist auch das letzte Licht ohne Farbe, wenn auch mit Glanz. Okay. Wir gucken trotzdem einmal, was das hier oben wo ist. Ach, dann waren wir auch richtig. Okay. Wir hatten ja im letzten Abschnitt schon was gefunden. Dann mussten wir diesen Koloss dort besiegen. Wenn euch das... Und ja, das war wahrscheinlich schon richtig. Aber ich will trotzdem einmal kurz hier schauen. Weil hier sind auch noch zwei Freunde von mir. Können wir eben so einmal fertig machen. Also ohne... Wie das sehntürm drücken. Tue, 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 tue. Auf. Sie können doch nicht aufhören, ne? Das sieht ja niedlich. Auch so kleine Turmbaar. Es gibt so viel Geld nachher. Das ist so wunderschön. So, demnach waren wir ja schon ganz richtig, nachdem wir hier hingegangen sind. Das heißt, ich hätte noch nicht mal mehr nach Hause gehen müssen. Beziehungsweise nach Hause nicht nochmal hier hochgehen müssen, sondern hätte einfach weitergehen können. Oh, ich hasse es ja noch mein Leben, ey. Ich stehe da ja auch dran, was das ohne... Na, ist nur von Magie besiegt. Also können wir den benutzen. Und dort habe ich ja auch schon den Roboter weggeholt. Mich würde aber mal interessieren, ob ich jetzt vielleicht nochmal nach unten gehen kann. Nein, kann ich nicht. Das heißt, es geht wieder für uns eine Ebene rauf. Ah, wir haben ja Fortschritt, ne? Wir haben einen richtig schönen Fortschritt. Ich muss dann noch so viel für euch machen, ne? Oh, wenn ich da dran denke. Ich meine, ich habe es ja schon mal gesagt, glaube ich, dass ich nicht nur eine Session mache, also mich nur 30 Minuten aufnehme und dann mich meines Lebens erfreue. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Was ist jetzt hier los? Oh, der kommt jetzt schon! Ach, scheiße, Mann! Das wusste ich gar nicht. Jetzt hätte ich mich doch ein bisschen herausgeputzt und hier alles fertig gemacht. Also ich muss mich ja erst mal schützen. Oh Gott, damit habe ich gar nicht ergegnet. Penelo muss heilen. Bis Aesch gezaubert hat. Ja, Gott. Virus, das ist nicht so ganz tragisch, weil wir haben jetzt ja... Achso, die müssen wir auch immer zaubern, gut. Weil wir haben jetzt ja glücklicherweise Avia. So, ich wollte aber Aesch zeuern. So, zack. Zack. Oh, hier muss ich so viel machen. Ich glaube, wenn ich könnte, würde ich auch ganz gerne meine Gamble-Zone durchschauen. Ist es nicht hier klug, auch noch zu fliegen? Ich werde wahrscheinlich auch jetzt einmal Levitara sprechen. Hör mal, wo war denn das? Nee. Ah! Bei Zeit-Magie, glaube ich. Da ist das, die Pärin noch. Oh, es tut mir leid, dass wir einmal mal... Richtig, richtig wegen der Attacke, ey. Rock'n'roll? Was ist Rock'n'roll? Warte mal, ähm, ich muss mit dir einmal in der Bande sprechen. Der Brot ist drauf. Deswegen machen wir auch nicht so viel Schaden, wie wir sollen. Oh, Moment. Hat er nicht noch so eine böse Attacke irgendwann? Oh, Moment. Gut, erst mal hat er das... Also, das ist auch ein Espa, ne? Hm. Ich dachte, der kommt noch nicht. So, einmal kann er noch gerne zuhören und dann... ...wird wieder geheilt. Was ist denn Rock'n'roll? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Kampffluss? Das ist Kampffluss. Ah, der macht bestimmt jetzt Courage oder so. Hallo, ich war noch nicht bereit. No! Oh, bitte töte uns nicht. Oh! Wie, der hat uns verfehlt? Wie kann das denn sein? Vielleicht, wenn ich Levi-Tager habe? Ich muss auch ein bisschen darauf achten, dass das nicht weggeht. Willst du mal bitte aufhören, Penelo zu hauen? So, warte. Ach, Quatsch! Was mache ich denn da jetzt schon wieder? Nein, 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 nein. So. Dann einmal nach oben. Oben. So, dann... Was macht sie denn jetzt? Ich bin verwirrt. Sie guckt einmal kurz nach, ob alle noch haben. Hast. Hast. Marita hat mich gar keinen Hast. So. Gott, die haben noch 100. Hat die sich jetzt nicht geheilt? So, Vidra. Oh, scheiße, scheiße, schon. Nee, 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 nee. Dann machst du das nicht? Zauberst dann bitte einmal Schutzengel. So. Auch kein Hast mehr. Penelo zauert bitte einmal Hast auf Fran. So. As ist gerade dabei, das zu machen. Frank kann schon was anderes machen. Und zwar, die macht bitte Protis auf sich selbst. Haben die anderen anderen noch? Protis, Protis. Penelo hat es, finde ich, auch nicht gut. Dann mache ich jetzt Protega nochmal. Los, 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 los. So. Avir. Ja, ist egal. Was, Penelo geht zum Brun? So. Oh, das ist so schwierig. Man muss so taktieren hier mit diesem Kampf. Ich muss unbedingt Levitare sprechen, ne? Ähm, müsste das nicht schon... Okay, gut. So, die beiden können wieder agieren. Das heißt, Fran macht mal bitte einmal Vika auf alle. Und Ash macht bitte einmal noch... Äh... Äh, wo ist das denn jetzt einmal? Äh, das war doch Grünmagie, oder? Levitare! Tralala! Wie das ist? Hä? War das Zeitmagie? So, zack. So. Okay. Komm schon, 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 komm schon. Okay. So. Wieder Avir. Dann hätte ich gerne Hast nochmal. Weil die haben nämlich keinen Hast mehr. Zack. So, Fran. Du musst auch einmal Avir zaubern. Wer ist da unten? Obwohl, der ist tot. Da kannst du dann auch gleich... Was? What? Gallo-Matico! Sehr gut! Yay! Oh Gott! Aber wir haben so taktiert, ne? Ich bin richtig stolz auf mich. Ich gucke auch immer so ein bisschen dann auf meinem Laptop, um zu schauen, dass es auch wirklich aufgenommen hat. Ich kann es mir selber nicht glauben. Ich glaube, das soll eigentlich Peiniger sein, oder? Und nicht Einiger? Einiger ist schon etwas merkwürdig. Ich glaube, dass sie Peiniger heißen. Oh, geil. Es wäre jetzt sehr schön und von Vorteil, wenn hier so ein, ähm... Wenn hier so ein, ähm... Wenn ein, äh... Ein Speichelpunkt da wäre. Warte, wir gucken mal kurz. Bestimmt so ganz davor. Aber ich würde ganz gerne eigentlich ganz runter einmal gehen. Kann ich nicht ganz runter wieder gehen? Nein, vielleicht leider nicht. Na egal, dann mache ich das jetzt fertig. Ist ja eigentlich letztendlich sehr egal, ob Redas mit dabei ist oder nicht. Ich glaube, jetzt passiert auch großartig nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt halt wirklich nur noch diese drei Schritte hier hoch. Hoffe ich. Es ist auch absoluter Totenstille hier. Keine Musik mehr. Kein gar nichts. Ich glaube, Narrenwände gibt es so weit. Ich weiß auch nicht mehr hier in dieser Ebene. Es ist eigentlich nur noch so ein bisschen, dass man den, ähm, Ausstieg hat. Ich weiß, wie sie muss fühlen. Es ist schwer, zu verlieren, jemanden, die du interessierst. Was ist alles, was wir alle haben in common. Aber du weißt, egal wie schwer wir versuchen, wir können nicht verändern das Vergangenheit. Es gibt nichts, was sie zurückkommt. Aber immer, manchmal, wenn ich meine Augen öde, kann ich sie so clearly sehen. Illusions des Vergangenheit. Und ich suche den Speicherpunkt. damit ich speichern kann und sicher bin, dass ich hier nicht abkatz. Oh, zack, hoch. Oh, Speicherpunkt. Jetzt muss es noch eine böse Mimik sein. Ey, dann würde ich aber kotzen. So, liebe Leute, heute machen wir ein bisschen Frühschluss. Wir hatten ja letztes Mal diese riesige Folge. Ähm, ich würde mich natürlich über eine kleine Bewertung freuen. Vielleicht habe ich jetzt ja schon einen Namen. Das weiß ich noch nicht ganz. Da muss ich mich noch so ein bisschen drüber, ein bisschen selber drüber nachschlafen, ob ich das möchte oder nicht. Wir geben schnell einige Lizenzpunkte aus. Ich glaube, so viele haben wir gar nicht mehr gesammelt. Nee, hätte sich sehr entgrenzt. Aber wie ihr seht, ja, ja. Ähm, ich glaube, das soll Peinina heißen, oder? Haschmaline. Ähm, naja, auf jeden Fall möchte ich ganz gerne tatsächlich, dass, ähm, ich bin mir noch so unsicher. Ich weiß nicht, ob ich, äh, das wirklich möchte, mir einen anderen Namen zu geben, weil viele sagen doch so, oh, ja, äh, Koho Hiba ist dann doch ein bisschen schwieriger, ähm, Name, den man sich auch vielleicht so ein bisschen nicht so gut merken kann. Ich meine, das verstehe ich auch total, äh, und sehe das auch total ein. Also ich, wenn ich das nicht wüsste, wie ich es aussprechen sollte, dann, äh, wüsste ich jetzt auch nicht darum, ähm, ähm, wollte doch das nehmen. Darum, wenn ich wirklich am überlegen, vielleicht seht ihr die Folge wirklich schon, wenn, äh, ich einen neuen Account habe. Den anderen werde ich natürlich behalten, da werde ich dann so ein bisschen, ähm, ja, was ich gerne gucke und so drauf posten, denke ich. Ansonsten würde ich erst mal sagen, haut rein, wir gucken nochmal schnell hier durch, aber so viel machen können wir dann doch nicht. Wir sind ja schon relativ gut, äh, zu Fuß. Warum haben die denn so verschiedene Punkte da? Naja, bis dann. Tschüss. – Ich glaube nicht es ist ein Austausch, es stimmt. Vielen Dank.